Hallo zusammen, mein Name ist Christian Schlegel, es ist Montagabend, wir haben den 19. August um 17.27 Uhr, wenn ich diesen Film anfange. In diesem Film geht es um die Bayer. Die habe ich das letzte Mal Ende März besprochen und ich war auch damals schon der Meinung, dass wir irgendwo hier einen Boden finden. War vielleicht ein bisschen früh, aber vor euch liegt der Chart eine Kerze, ein Tag. Hier haben sie auch auf Xetra das High markiert, bei 144.12 Uhr am 14.03.2015. Und von da, von den 144, gingen sie runter bis zu dem tiefsten Kurs bei 52,08. Also das war eine ordentliche Wegstrecke. Ich fange mal so an. Das erkennen Sie vielleicht. Das sind so die verschiedenen Trends, die dann gezogen werden und man setzt immer an den letzten Berührungspunkt, setzt man einen an und erhält dann diese Art Fächer. Der wird immer steiler nach unten. Geht auch nach oben, ganz klar. Der wird immer steiler nach unten und diese letzte Steigerung nach unten, die haben wir letzte Woche, vorletzte Woche, überboten. Hier kam die Nachricht raus, dass Bayer sich mit denen, die letzte Zahl, die ich gehört habe, waren 18.400 Klagen, dass man da eine Einigung erzielen könnte. Eine Zahl, habe ich auch gehört, 8 Milliarden. Die Zahlen über diese Einigung, die wir agieren im Internet oder bei den Analysten ganz erheblich, das geht von 7 Milliarden bis auf 30 Milliarden. Ja, das ist eine bitterböse Geschichte und ja, das wird Geld kosten, aber Konsensmeinung ist, 8 Milliarden, dann würde Bayer mit einem blauen Auge davon kommen. Okay, jetzt kann man nach wie vor fragen, warum haben sie überhaupt Monsanto gekauft? Die müssen es doch gewusst haben, aber das soll nicht Thema dieses Clips sein. Auffallend fand ich, und das ist jetzt hier nach wie vor eine Kerze, ein Tag, dass in der ganzen letzten Zeit, als der DAX über 10% verloren hat, da haben die fast gar nichts abgegeben. Das ist definitiv eine der, zumindest im Stocks oder Eurostocks, eine der stabilsten Aktien der letzten zwei Wochen. Verschiedene Dinge kann man hier in Betracht ziehen. Zum einen, man könnte sagen, das ist eine sogenannte inverse Schulter-Kopf-Schulter. Das heißt, wenn Sie diesen Bereich hier einmal nach rumdrehen, also nach oben klappen würden, hätten Sie hier Schulter-Kopf-Schulter. Und dann, was andersrum ist, nennt man das inverse. Ich gucke nicht so sehr auf Schulter-Kopf-Schulter-Formationen. Bei mir ist das ein 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3 oder ein A, B, C, B, C, B, C. Okay, ich sehe das anders. Ich mag diese Chart-Formationen nicht so sehr. Ich bevorzuge, wenn es darum geht, Doppelböden, Doppeltops, Trippeltops, Trippelböden, solche Geschichten. Inverse Schulter-Kopf-Schulter. Die Bänder gehen weiter auf. Da ist noch kein Ende in Sicht. Auch heute wieder eine der besten Werten unter den fünf Werten im Eurostocks. Unter den fünf positivsten Werten. Wir haben von der Technik her nochmal auf hohem Niveau einen Dreher nach oben bekommen. Der Gesamtmarkt ist gestiegen. Die Bayer wieder ein bisschen mehr als der Gesamtmarkt. Mir kommt das fast so vor, als ob der Markt antizipiert, okay, das war es irgendwo. Das möchte ich mal an so einem längerfristigen Chart zeigen. Das ist jetzt mal der Monatschart. Hier ist also das besprochene High und dann haben die komplett auf diese von 2007 bis 2012 liegende Unterstützung einmal aufgesetzt. Back to Breakout, wenn Sie so wollen. Ganz, ganz langfristiges Back to Breakout. Und haben sich dann schön über die Jahre entwickelt, bis dann halt Monsanto kam. Monatsweise, wenn wir schon dabei sind, das ist jetzt also eine Kerze, ein Monat. Ja, positiv, positiv, weg vom unteren Band. Spielt schon wieder mit der 20-Monats-Linie. Das ist gar nicht so weit weg. Und hat halt diese ganze Unterstützung hier genutzt. Und hoffentlich nutzt es das weiter als Sprungbrett. Ich gehe wieder zurück auf den Tag. Ich bin der Meinung, dass es sich durchsetzt, dass das blaue Auge, egal ob das dann jetzt 8 Milliarden werden oder 10 Milliarden, dass das blaue Auge entstehen wird. Und der Wert bei mir grundsätzlich mehr Potenzial hat als Risiko. Und zwar das über die nächsten Jahre. Also ich kann mir ehrlich gesagt jetzt nicht mehr vorstellen, dass wir hier deutlich unter die 50 gehen. Ich sehe das nicht. Wir haben diesen steilsten Downtrend gebrochen. Wir haben hier dieses kleine Doppeltop gebrochen. Bei 61 sind wir auch durch. Und immer abgesehen von dieser doch sehr interessanten Kerze, das war letzte Woche, wo wir auf einmal hochgeschossen sind bis 70 oder fast 70 und dann wieder tiefer schlossen. Aber auch dieser Shootingstar, der macht dem Wert nicht viel. Wirklich nicht viel. Das hier ist die 200-Tage-Linie. Das heißt für mich ist der nächste Chartpunkt ist der Bereich 70 kommend von diesem Übertreibungshoch, kommend von diesem Downtrend, den wir hier haben. Und dann haben wir erst nur wieder den Bereich um die 73. Also ich finde, die hat nicht nur über die nächsten Tage, sondern auch Wochen deutlich mehr Potenzial als Risiko. Jetzt natürlich eine Frage. Ich kann mir kleine Hebel holen. Ich zeige Ihnen das mal hier. Ich habe das vorbereitet. So was zum Beispiel. Der letzte Tiefpunkt war etwas oberhalb der 55. 55 würde heißen, wenn ich da ein K.O. suche, dann bin ich beim Hebel 6. Völlig in Ordnung. Kann ich machen. Das ist ruhiger. Das sind jetzt immerhin schon fast 12 Euro oder 11,5 Euro Unterschied. Das ist eine ruhigere Geschichte. Ich kann sogar noch tiefer gehen. Und dann bin ich hier unter der 52. Sagen wir mal ein 51er K.O.-Schein. Da bin ich dann bei einem Hebel von 3. Mir persönlich wäre das zu langweilig. Aber den hier, das ist der 55,19er von der Hypo, den kann ich verstehen. Das ist völlig in Ordnung. Der liegt hier dran, leicht drunter. Das wäre die HZ0KR4. Ich persönlich bin der Meinung, dass selbst wenn der Wert jetzt hier noch ein bisschen runterkommt, die 20-Tage-Linie und spätestens dieser Trend hier, dass das eine Unterstützung sein sollte. Und da liege ich so im Bereich 58 und kann dementsprechend auch den Hebel erhöhen. Dieser Punkt hier, dieser Trend, der unter der 20 Tage liegt, ist momentan bei 59,31. Jetzt sind die Märkte insgesamt weltweit ein bisschen nervös, ganz klar. Und deswegen muss ich den auch ein bisschen tiefer ansetzen. Und ich finde, ein 58er ist völlig in Ordnung. Und da komme ich auf den hier, das ist ein 58,03er. Das ist auch von der Unicredit die HZ1LLR. Da bin ich beim Hebel von 8. Das macht dann schon mehr Spaß. Ich persönlich werde es so machen, in dem Moment, in dem wir diesen Trend hier brechen und idealerweise auch noch dieses hoch hier rausnehmen. Bei über 70 werde ich einen nehmen, der seine Basis hier hat. Da ich nicht davon ausgehe, dass das morgen passiert, wird die 20-Tage-Linie steigen und wird sich mit der 200-Tage-Linie hier verbinden und bildet dann auch eine gute Unterstützung. Das hier ist der Bereich 62,22. Und ich würde dann auf 61,5 gehen, in dem Moment, in dem wir die 70 rausnehmen. 61,5 heißt so was hier. Ein unlimitierter Schein der Unicredit, 61,51. Im Moment ein 14er Hebel. Das ist die HZ1NX1. HZ1NX1. Der liegt also dann hier. Da muss ich nicht den hier unten suchen. Das ist aber mehr der Händler, der da in mir spricht, der einen größeren Hebel haben will. Also ich finde generell, ich hole nochmal den Chart hier so ein bisschen ran, die Bayer sehen für mich so aus, als ob die über Jahre hier eine Unterstützung gebildet haben. Und egal wie blau das Auge wird, die können sich von dieser ganzen Abwärtsbewegung hier jetzt erholen. Die haben hier eine exzellente Chance, die nochmals bestätigt wird, wenn wir das vom März, das hoch bei 72,88, wenn wir das mit Schlusskurs rausnehmen. Sie bekommt jetzt auch institutionellen Support. Das waren verschiedene Analysten, die den Wert um die 85 sehen. Das wäre dann ungefähr hier. Halte ich für völlig in Ordnung. Ist wahrscheinlich nicht gedacht für die nächsten zwei, drei Wochen. Aber auf Sicht von drei, vier, fünf Monaten sehe ich das also ganz genauso. Für mich hat der Wert einen Boden. Das ist jetzt so eine Art Basis-Investment. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.